Wenn ich hier so durch meine Wohnung gehe und ein Selfie mache, dann wackelt das ganz schön. Das kann man sehen. Ebenso, wenn ich hier so einen Gang mache, dann wackelt das. Das ist nicht gut. Es gibt aber ein Gerät, das alles in den Schatten stellt, was ich bisher hatte. Das heißt, ich gehe jetzt durch die Wohnung und dieses Ding gleicht alles aus. Wie gelingt es also, die ruhigsten Videos in epischer Kinoqualität zu machen? Mit kleinstem Aufwand. Tja, so, hier auch ein Gang durch die Wohnung. Zack, ich mache dasselbe wie vorher auch. Aber dieses Ding ist einfach sensationell. Jetzt die Frage, was ist es? Womit mache ich dieses sensationell geilen Aufnahmen? Das Geheimnis ist dieses Ding. Ein sogenannter One-Hand-Gimbal mit Motoren. Das habe ich jetzt mal bestellt bei DSLR Pros und das ist sensationell. Ich darf das mal ganz kurz vorführen. Ich nehme also dieses Teil. Ich bringe das iPhone da an oder auch vielleicht eine GoPro oder so. Aber es ist erst mal für Smartphones gemacht. Und dann passiert erst mal nichts. Dann drücke ich diesen Knopf hier und schon. It's Magic. Richtet sich dieses Teil aus. Ganz von selber. Und macht die Aufnahme extrem ruhig. Sensationell. Das sind drei Achsen, die über Brushless Motoren angetrieben werden und das Ding auch immer ausgleicht. Man merkt das auch, wenn man filmt. Das Ding ist irgendwie immer, da rumort es immer so ein bisschen drin. Das heißt, die Motoren arbeiten da. Und mit diesem Teil macht man diese sensationellen Aufnahmen. Geil, ne? Und somit sind sämtliche Steady-Camp-Dinger obsolet.